hallo und herzlich willkommen zurück hier bei eldenring ich wünsche euch ein wunderbares gesundes glückliches neues jahr ich hoffe ihr werdet alle eure ziele erreichen die ihr euch gesetzt habt oder noch setzen werdet und wir haben jetzt auch ein ziel zum beginn dieses neuen jahres wir wollen nämlich mal versuchen den hier umzubringen ich muss ehrlich sagen nachdem ja das erste mal so ja semi gut lief vor allem wäre ich nicht gestorben und ich wäre nur eine millisekunde später gestorben ich glaube diese ganzen ruhen werden da unten auch wieder gewesen wir werden jetzt mal dieses hier tun wir werden kein hütchen verschwenden ich finde das echt das sieht aus wie ein hut oder wie eine torte auf dem teller ich weiß es nicht wir benutzen wir das hier und wir versuchen den jetzt mal nieder zu prügeln so als neujahrstat es wäre sehr schön wenn es tatsächlich klappen würde erstmal eins vor nüchel box jetzt fängt das jetzt schon an du bist vielleicht ein dödel ey warum warst du am anfang so einfach jetzt fängt das jetzt schon an wird alles jetzt 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 Oh, oh. Oh. Oh, oh. Nein, ich brenne. Oh, du Bastard, ey. Okay, lief gut, oder? Was ist jetzt passiert? Ah, Alecto ist nun nicht mehr. Das war doch schon mal ein guter Anfang, oder? Was ist hier los? Ähm. Ha, cool. Hätten wir den schon mal. Alecto hieß der, gell? Alecto, irgend so überhaupt. Oder so, keine Ahnung. Ähm, warten wir mal jetzt. Äh, vor lauter, vor lauter, da müssen wir noch rein. Ähm, mm, 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 mm. Wir schauen mal schnell hier. war ich nicht irgendwo eine gnade achta wie viel brauche ich denn für ein level up 15.000 bis zum morgen bis zum mittag hier müsste jetzt der andere kommen mal gucken ob wir den auch direkt hinkriegen dass er heute einfach ein krasser start in das jahr ist wieso regnet es denn jetzt? flamme heile mich? nee. bestialische lebenskraft? nee. bestialische schlinge? nee. wo ist es? hier ich sehe ihn nicht eigentlich irgendwann bekommen was ist das? achso. verblasste erben da dumme. was habe ich die da zu früh genommen? da oben ist der gurang ich hätte vielleicht erst mal warten sollen bis der kommt. wenn der uns jetzt vors gesicht haut gehen wir ist er nicht eigentlich immer hier irgendwo gespawnt? komm wir gehen noch mal zur gnade ist das nachteinbruch? ja. hier kam der doch immer irgendwo, oder? oh jetzt klang perlenjäger oh der ist aber stark. der ist mir ein bisschen zu stark glaube ich oh 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 ja wir gehen jetzt mal. der ist mir ein bisschen zu krass, muss ich sagen der ist ja zum glück nur optional der hat auch überall dornen. warum hat denn der überall dornen? so. achso unsere runen. ich darf die runen nicht vergessen. es waren so viele. hä? wo sind denn die? da. okay. au. ihr seid immer noch so kacke. das war nicht immer so groß. der bringt mich doch jetzt um. vor das gesicht. wie viel gibt der? oh. will noch jemand vielleicht? ich bin gerade in fahrt. oh oh oh. der bringt mich doch. oh oh. der bringt mich doch. Ja. Tumti-tumti-tum. Ach, schön in Kalilet, oder? Schön, mal wieder zurück zu sein. Aber die nerven mich irgendwie. Wir gehen mal in das Dorf der Flamme. Denn ich wollte ja eigentlich in der letzten Folge mal da hingehen. Wo war das denn? Hier. Kirche der Ibi-Ibi-Bitation oder so? Ach ja. Die kennen wir auch noch. Wir könnten da eigentlich auch mal dieses komische, was uns der andere da gegeben hat, wo wir unbedingt online spielen mussten. Könnten wir eigentlich auch mal machen. Wieder so ein anderer. Hier. Im normalsten aller Fälle dürfen die mich nicht angreifen. Dorf der rasenden Flamme. Ach ja. Das ist ja mal voll kacke. Gut, also dieses, dass wir jetzt hier die Fürstin sind, das bringt ja mal überhaupt gar nichts. Doof. Okay, gut. Dann mal was anderes. Dann gehen wir hier oben weiter. Können wir vielleicht mal hier drüber gehen? Irgendwie will ich jetzt hier drüber gehen. Wer ist denn hier? Shabiri? Shabiri! Die Shabiri-Trauben! Oh, Shabiri ist tot! Warum ist Shabiri tot? Eisenkaser. Ronin-Rüstung. Ronin-Stulpen. Ronin-Beinschutz. Ach ja, hätte mich jetzt auch irgendwie gewundert. Also, was hättet ihr zu uns sagen müssen? Sollen? Okay. Waren wir hier oben schon? Ist man hier irgendwie hochgekommen? Wir müssen hier lang. Was ist denn da oben? Waren wir da schon? Ruin von Zahmur. Hi! Nicht getroffen. Das sieht aus wie Ingwer. Wie gemeine Ingwerknollen. Kommt man da irgendwie hoch? Scheinbar nur von oben, gell? Oh Gott, wir haben so viele Runen dabei. Was mache ich hier eigentlich? Ach nee, eigentlich habe ich keine Lust. Ach nee, eigentlich habe ich keine Lust. Geh mal runter von dem Gaul. Wie kommt man denn da hoch? Von da drüben oder was? Kann ich mich eigentlich mit meiner Träne umbringen, wenn ich die rufe und ich noch ganz wenig Leben habe? Komm Tränchen. Was ist ja? Was ist ja? Boah, der hat voll das Riesending. Oh, Feuerpaletenrüstung. Haben wir die nicht schon mal umgebracht? Okay, ich muss sagen, irgendwie ist es mir doch ein bisschen zu hakelig, jetzt da drüber zu gehen. Oh, guck mal da vorne. Wie gemein sind denn die bitte? Da steht einfach Ries, der uns wahrscheinlich abschießt. So, wir kommen jetzt hier nicht hoch. Was war da? Haben wir jetzt endlich Level up? Kasakon des Riesengipfels. So. Das Auge der Beste zittert. Was machen wir nun? Was machen wir nun? Bringt nur eins, gell? Hm. Ich weiß auch nicht. So. Perfekte Ausgangsdings, um hier reinzugehen. Hier geht es aber noch unten. So. Da oben haben wir schon was. Falls uns gleich auf die Nerven gehen wird, steht hier einer. Oh. Ihr bewegt euch aber nicht, oder? Nee. Aber ich glaube, irgendjemand wird mir mächtig auf den Sack gehen. Von den Figuren. Warum sind die hier schon? Was ist mit dem? Ich weiß jetzt, dass links und rechts welche stehen werden wahrscheinlich. Aber es ist so. So. Irgendwas stimmt hier nicht. Okay, hier haben wir einen. Okay, hier haben wir noch einen. Ne, das ist halt alles Sockel hier. Ach, hier geht es nach unten. Ein Glück. Oh, Blümchen. So ein Aufzug hätte ich bei Jetta gebraucht. Wahrscheinlich gab es auch einen und sie hatten einfach kaputt gemacht. Das sieht aus wie eine Tür, aber hier ist ein Sockel. Ne, hier ist gar kein. Das ist aber kein richtiger Sockel. Ich weiß, ich hätte dieses andere Ding anziehen müssen, gell? Ach, hier, guck an. Okay. Hier müssen wir erstmal die Tür aufmachen. Boah, was werft der denn? Boah, das hat hier mal voll viel abgezogen. Wieso geht es denn da noch weiter runter? Was soll denn das? Und wie ist das? Ja. 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 Gucken wir mal in den Ktoff. Aha. Ich habe dein Kind nicht mal umgebracht. Finde ich äußerst gemein. Jetzt muss ich es natürlich umbringen. Also, Grabfeier... Ich komme weiter. Ja, okay. Wir müssen da hoch scheinbar. Hier ist Madame. Ja, reden wir mal nicht drüber. Ja, okay. Ja, okay. Da! Mann! Du spinnst doch. Die sind ganz schön groß. Hä, was haben sie denn hier alles reingepackt? Nee, warte mal. Hier. Nee. Bestialische Lebenskraft. Wo ist denn dieses Flammeheile mich? Hier. Bin hier irgendwas an der Decke? Ja. Junge. Nein. Ich ja. 100 Jahren. Ja! Es ist neuernder Radies quella der ... Bedingungen. Wo ist denn hier ... Doe um, wo ist das? Wie ist denn hier? Ja! Bei dir. Oh, wo ist das ... Du hast doch wohl nicht mehr alle. Nicht einfach so anzugreifen. Da kann man auch irgendwo hin. Scheinbar muss man da auch hin. Aha. Mama ist wieder da. Ritualtopf. Aha. Okay, warte, Alilie. Gut, dann müssen wir uns da wahrscheinlich runterfallen lassen, gell? Äh. Heranwachsender Schmetterling. Bin ich jetzt schon einmal rum? Da bin ich wieder. War ich? Ne, ich bin woanders. Hä? Hä? Das war aber gemein. Ja, ich bin, das ist woanders hier, oder? Da war nämlich kein, ja, wir sind wieder woanders. Unhöflich. Unhöfliche Belger. Weil das, was wir nämlich gesehen haben, das war kein, äh, das war kein, so ein Lilanes. Ach ja, durch die Wand, da zieh mir noch einen. So, da kann man nach unten, hier kann man nach oben. Okay, das wird jetzt wieder haarig. Das haben wir schon benutzt. Schade. Ich würde sagen, bevor wir jetzt hier weitergehen, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich wünsche euch einen wunderschönen, wunderschönen, wunderbaren, ersten, ersten 2023. Bleibt gesund und bis morgen. Tschüss. Bis dann. Bis dann. Untertitelung des ZDF, 2020